Wieso stehe ich da als Sechster drin und nicht Siebter? Ich bin Siebter geworden. Da fährt doch einer. Ja, wenn einer fährt, weil ich die... Ne. Marc, Lukas, Boogie, Leon... Ne, das stimmt aber irgendwie nicht, weil Fischer ist 11 da hinten. Ja, die Reihenfolge ist sowieso komplett durch, ne? Guck mal, wie die da hinten stehen, Alter, auf der Map, Alter. Ähm, wir haben einen interessanten Fall, dass ich grad zur Box zurückgesetzt wurde. Ihr wartet aber noch. Frühstart vom Sestika, buh. Einmal kurz alle noch 10 Minuten warten und dann losfahren. Die ACTV 1 und 2 Fahrzeuge wegen sich. Ah, da kommt wer hingerollt. Wollen wir nochmal neu starten, weil das Rennen ist gleich wahrscheinlich auch gelaufen. Jetzt will Marcow loslegen, dann Dennis. Und dann nimm mal so weiter, ihr kennt eure Position. Ach, das ist ja das alte Flan-Tex-Team. Und dann kommt noch der aktuelle Flan-Tex. Was ist denn los? Ja, das heißt, beim Flan-Tex-Team sind nur lang. Bleiben, langsamer. Mach mal hinner. Ich sehe doch das Safety-Car, meine Güte. Hat immer diese Windischkopf, Alter. Was denn? Hat er gefrischt aus, oder was? Ja, vor mir. Ja. Hä? Warum ist Moritz auf Platz 11? Wieso ist Moritz hinter mir? Moritz ist 12 dein Ziel gekommen, manchein. Moritz ist auf 5 bei mir. Ja. Genau, Moritz muss da vorne sein. Ja. Ihr müsst das alles plus 1 rechnen, äh, minus 1 rechnen, ne? Ja, aber... Da oben gerade ist links, oder? Ja. Dicke, aber was macht ihr denn da vorne? Keine Ahnung, der Safety-Car fährt viel zu langsam. Also 8... Ja, ich bin gerade, ich bin rechts. Oh, ich bin nicht rechts, Entschuldigung. Ne, du wärst gerade zu wieder auf Soft. Nein, auf Mediums. Sind alle hinten dran, ne? Der einzige, der auf Soft ist, ist Spooky gerade. Ja, eben. Steht links sogar wie ne Leiste. Wieso fahren denn die AC-TV-Autos mit? Weil die Lust haben. Ne, weiß ich nicht. Mach mal schnell die Reife den Arsch kalt, Mann. Ja. SC. Warum ist Bauer so weit hinten? Ja, der hat gerade erst mal Dirt gespielt. Ja, wir müssen immer ein bisschen zurückgeschließen. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich dann so fahren, in der Reihenfolge dann auch... Also, wir haben alle so einen Pink-Fault über 100, ich hab 120. 116. 114. Ist alles nicht so optimal. Aber momentan leckt es nicht, solange es nicht leckt. Ja, aber alle haben so einen gelben. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Schreck zurück. Lass mich durch. Draco nochmal vielleicht ansagen. Soll ich den hohen Pink bitte vorsichtiger fahren? Ja. Ja, sag ich, wenn ich übergebe. Oh, Pink springt schon richtig rum. So, ich bin gleich rechts und Jay müsste neben mir den Schritt gehen. Ich bin erster. Nee, ich muss neben mir stehen. Ich muss neben dem Bauer stehen. Die ungeraden rechts, die geraden Pings. Hä? Das ist anders ausgeführt. Äh, das sind anders ausgeführt. Äh, das sind anders ausgeführt. Oder anders ausgeführt. Anders ausgeführt. Nicht links. Wir hatten jemand kein Auslogan gesammelt. Äh, gut. Jetzt bin ich mich auf dem Wasser auch um gerade links. Und bitte vorsichtig fahren, die Pings von uns sind alle hoch. Alter, bin voll weit hinten noch. Warte mal, chill mal. Jungs, ihr sollt 80 fahren, ne? Was machen die denn da wieder? Ich fahre 70. Ich muss nach links, oder was, ne? Alter, ist nicht so richtig hier gerade. Naja, irgendwas ist hier falsch, ne? Oh, nein. Tschüss, Bauer. Titan, okay. Was ist da passiert? Bauer ist einfach abgeführt. In alle Reihen. Ja, jetzt hat er eine rote Leiste. Oh, nee, die Routen Racing ist wieder unterwegs. Vorsicht, Marcel, das ist die Routen Racing. Ja, hat mich gedreht. Ich konnte nix machen. Was ein Arschloch. Wer denn? Der hat mir null Platz, ja. Stille. Stille. Irgendein Audi oder McLaren, keine Ahnung. Der hat, ich war in, der hat mir null Platz gelassen. What a idiot. What a idiot. Kannst Deutsch sprechen. Ja. Ja, super. Na, wo du bist? Oh, na. Ich bin all of the right. Ey, das ist doch kacke. Und das war ein komischer Schlaf. Ja, das mit dem Double Fight, das kriegt einige einfach nicht hin. Ne, was sagt, die Renn 1 funktioniert immer, weil da... Weißt du, Tobias Abel war neben Titan, neben Florian Bauer, auf einmal zieht er rechts quer rüber. Das gefährlich ist, dass wir nicht vorher schon aufschlösen. Ja, durch den einen Flan, durch den Miller, wir bin nicht an Hasenkamp und an Lukas vorbei. Also bringt er mal. Weil die nach weit außen mussten. Also ich dachte, das Rennen ist schon freigegeben, weil manche Gas gegeben haben, weil sie aufgeschossen waren. Ja, das war wieder Chaos in zweiter Rennig. Alter, warum fährt der mir hinten rein? Ja, die Flanthacks haben es aber auch nicht bekommen, langsam zu machen. Ja, das ist immer das Problem. Ihr habt es nicht bekommen, langsam zu machen, da vorne. Ich bin vorne genau 70 gefahren sogar. Ja, aber er ist am Ende der Garten. Alter, was für ein Arschloch! Ja, so fährt der immer. Moritz oder was? Nein, Stille! Nein, Stille! Hallo? Danke! Mahlzeit! Ja. Nein, du musst nicht in die Box, oder? Nein, ihr müsst wissen, die hinter euch wollen schnell vorbei. Ja, ich gehe in die Box, weil mir ist alles Schrott. Ja, Leon, nochmal. Ist doch ganz entspannt, oder? Wir warten noch ein bisschen ab, und vielleicht... Moritz, sag mal deinen Bremspunkt bei der Kurve hier, Alter. Moritz, jetzt soll ich an diesem weißen Strich, der da kommt, oder? Ja. Welchen? Das sind das, glaube ich, zwei oder drei. Bitte. Der letzte, also. Aber Bullshit. Wenn du die Idioten weißt, die ich fahren kann, dann sollen die auch nicht mitmachen. Die stehen drin. Ja, die stehen drin. Die führen auch noch, what the fuck. Natürlich, und die haben sich ja den Weg freigecrashed. Ja. War es das in der Aufnahme? Ja. Wie meinst du? Oh, ich beide. Ich nehme dich. Boah, was macht ihr denn? Hilfe. Wie gesagt, zum Glück tut dieser rote Buddy nicht so... Aber hinter mir fährt Meat ganz weit hin. Nicht so viel Zeit. Der kostet nicht nur einen Top Street ein bisschen. Ja, das ist zum Glück nicht so schlimm, ey. Ich glaube, ich konnte noch reagieren. Die Tafel, da kommt der links rüber, da. So lächerlich, ne, wie die fahren, ja. Das wird schon in Macau aufgefallen. Das ist mir ein Bad-Tuch passiert. Bei links neben Fischer, was macht der rein, dass ich mich drehe? Wir wissen bei Idioten Racing alles. Ja, Fischer und Stille. Die zwei, die erste und zweite sind Fischer und Stille. Die zwei, die gerade eben hinter dir waren. Der eine, der... Ja, dann war es Stille, der mich abgedrängt hat. Ja, der Ferrari. Ja, hinter der Ferrari. Ich war der voll Idiot. Wo kann man nochmal Beschwerden schreiben? Dann bei Rekro. Rekro. Steht für Rennkommissar. Weißt du noch, Drake, Alter, die Poltikastiker? Hör, bo. Können wir mal ein Tor gegeben haben? Was ist denn Rekro? Ja, der macht, der macht, der macht erst mal Moving on a Braking. Also, Bori, bei dem letzten Uhr hier ist nicht bremsen, dann nehme ich ja jedes Mal die andere Kurve da hinten. Beim fetten Mercedes, Alter. Viel gesagt, also Modus und Jade-Fans-Fost-Vendor. Pass auf, Mark, oder? Dass die überhaupt noch mitfahren dürfen, ist ein Wunder. Und das Team, die nämlich immer ab. Die haben sie nicht mehr alle, ey. So, jetzt hat Bingo immer den nächsten Try. Ja, das wird lustig, ja. Ups. Der macht einfach Moving on a Braking, und zwar jedes Mal. Boah. Der bremst nicht gerade. Schlabberlotz kommt. Der hat einfach so gebremst, dass er mich schön blockiert. Ah, das ist gut, dass die da vorne aufhalten. Ach, Tobias, aber ist da auch noch. Meid, halt. Der Moritz wird jetzt schön aufhalten für einen Jade, Alter. Mal komplett. Wer ist denn hinter mir, Bernd? Bauer. Muss hier vorbei. Ach, Mark, willst du gar nicht mehr runter? Oh, nee. Oh, nee. Fahr, nee, fahr, fahr. Willst du nicht vorbeilassen? Wie denn? Ich mach das jetzt nicht während der Fahrt. Ja, ich kann nicht mehr. Leck der Bengel. Ist mir wurscht jetzt. Aber jetzt kannst du hierbleiben. Okay, dann lasse ich dir hier. Moritz spielt komplett Blockade, Alter. Ich kann nicht an der Wand lutschen. Ich fahr links vor bei Boree. Die haben die überhaupt ihre Fahrt nicht festgezogen. Ich fahre in der weite Linie. Eine verdammt gute Frage. Boah, Alter, der hat gerade Blinge einmal komplett blockiert, Alter. Oh, was macht ihr denn? Ja, okay, da haben wir echt pro Gramm. Leck. Ja, das war knapp. Ja, tschüss. Kann den bei irgendeiner vorne wegrahmen, einfach? Alter. Ja, wie denn? Ich hab keine Bock, Schaden zu kriegen. So ein leichter Schaden in eine gelbe Tür oder so macht nicht. Der Jay ist jetzt schon fünf Sekunden weg, Alter. Na, schön. Moritz spielt halt komplett Blockade, aber wirklich komplett. Ist Florian Bauer hier im Channel? Hey, Titan ist wahrscheinlich runtergegangen. Alter, was macht er denn? Also, Jan geht ja noch ein bisschen, aber Moritz fällt nicht runter. Also, jetzt schießt er gleich den Bingheimer noch ab. Ja, das Ding ist, ich hab mich halt gedreht, konnte nicht ausweichen. Die Florian ist mir völlig an der Frontal rein. Oh, jetzt fällt Bingheimer auch die Asoziale in die hier. Naja, gut, während des Rends setzt er den Leuten zusammen, das ist so gefährlich, ne? Ey, das ist doch... Trotzdem, die Fall... Guck mal, wie das ist rein, Bremsen will da. Alter, was macht denn? Alter, ey, Junge. Ja, so, ey. Versauen einfach eben niemand anders rein. Ey, die können komplett geblinkt, das alle, ey. Bauer, Markov. Alter, das ist doch der Bock, ne? Warum soll ich überfahren? In den 1, nicht? Das hat jetzt gar keiner. Deswegen hat er mich gar so weit, als 1 kann ich mehr erzielen. Die Knie schießen, die Knie schießen. Ja, vielleicht... Ja, ich weiß. Ich war ja auch relativ weit vorne. Ich bin ja auch abgeschossen worden. Wir waren alle weit vorne. Es ist ja klar, dass Moritz für Jan auffällt. Ja, aber das ist so aggressiv, was der da macht. Ja, wirklich. Ich würde ja verstehen, wenn der... ...bisschen verteidiger war, also... Guck mal da hinten auch. Finn, nein! Der kickt ja einfach den anderen raus. Alter, was macht der denn, ey, Leon! Ja, das war... Ey, was soll das denn? Wieso ziehst du nach rechts, wenn wir da drei White sind, Mann? Ey. Eigentlich müsste es jetzt Safety Car geben, Mann. Mir wohnt nur einer angezeigt. Komplett dumm, ey. Ich glaube, dass ich auch gerade auf den Safety Car... Ja, mir ist meine Aufhärung kaputt. Super, ey. Oh, meine... Das war wieder das Band-Track, Alter. Das kannst du halt mal weitermachen, ey. Ey. Ey, sag mal so, bei Top 12 wären die beiden auch vorne gewesen. Ja, aber trotzdem. Ganz toll, Mann. Carglass! Ich brauche mehr als Carglass. Hahaha. Hahaha. Und dass es keinen Safety Car gibt, sowas, ey. Es war einfach ein Start, äh, uns ist halt auf der Zielgeraden Crash. Also, ich brauche eine neue Scheibe, das ist immer recht. Weißt du, dann ist Greg nicht da, ne? Kommt ihr an? Dann hast du zwei Idioten mehr. Ja, dann kriege ich lieber einen mehr, ein, den, einen Rack mehr, bevor ich dann mit denen nochmal fahre. Wer hat, wer hat... Was da schon kein Safety Car gab, hat mich bewundert. Ah, Carglass, dann war dir kaputt. Äh, vorne der Stoßdämpfer, die Scheibe und meine Suspension. Ah, ich hab da auch genau das gleiche. Ich wollte immer noch in Ordnung zu fahren. So, dass ich keine, äh, tatsächlich ein Damage Shot. Ja. Bei mir war alles Schrott. Trotzdem ist es scheiße, ey. Deswegen bin ich auch an die Box drüber. Trotzdem ist es scheiße, mir kaputtgeklarzt, Mann. Oh, komm, wir gehen nicht rum, ey. Ja, das war wie vorhin bei Florian und mir hier, bei Bauer. Also wieso das kein Safety Car gibt, ey, das verstehe ich nicht. Das ist ja mal 10, 11, 11, 11, 11, 11 oder was? Ja. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich schon. Oh. Wir müssen eigentlich die schwarze Klage nicht kommen. Ähm. Kacke, Bogen. Den Unfall haben sie nicht ausgelöst, wa? Scheiße. Ja, aber trotzdem, die haben ja einen Einzelkollegen, mich. Und was weiß ich noch, jemanden, den Versorgung. Achso, Marcel. Bauer haben sie auch so gesehen, das Versorgung durch mich. Achso, Marcel. Hm. Darf ich jetzt erstmal noch 20 Minuten fahren? Obwohl, du hast ein bisschen mehr Spannheit sicher. Ja, aber mein Lenkreis hängt auf Halt 9. Ne, wie gesagt, bei mir war das erste Runde, deswegen bin ich direkt in der Box. Mit solchen Leuten kann man echt nicht rennenfahren. Also die brauchen nicht in den Channel Reikon, sonst... ...kann sich der Gehlamin lücken. Die werden für mich komplett gebleckt, das ist einfach nur die Fahne in jedem Spiel unförmend. Ich kann mich noch an Makau erinnern, da wollten mich zu zweit einfach... ...der eine wollte zwar aufhalten, der andere kam von hinten, wollte mich wegrammen. Und soll ich die Leute überhaupt noch fahren, das ist echt ein Wunder. Leon, hast du gerade gedreht? Das Auto ist auch immer weggebrochen, ich war auf dem CURVE. Warum auch immer, hatte ich noch... Kann schnell gehen, ne, ja. Und jetzt ist auf jeden Fall mein Auto auch richtig schief. Und langsam. Mein Gott, kann aber einfach ein Safety machen, weil wir ziehen es wieder Spannendes. Sind immer noch die zwei Idioten Racing auf Key 1 und 2? Ne, auf 1 und 3. Ich würde jetzt am liebsten bei der Überrundung, ne? Ne, Finn kommt nicht von mir weg. Das ist gründlich. Ich würde dann einfach am liebsten bei der Überrundung vom Stillen nach links ziehen, wenn er da ist. Nein, das macht das nicht. Hey, Tobi, ab und zu. Das war der typische Tobi-Schrei. Das ist eigentlich cool, wenn ich mich denn so runde bin. Oh, eher wie Rallye-Gang, Alter. Wie wurde Black Eye, hat immer Black Eye gesagt. Weißt du das noch, MSC? Äh, ne. Na ja. Gebt alles schon kaputte Scheiben? Kampf um Platziibium, die Krüppelwertung. Kaputte Scheiben. Also das nächste Kampf jetzt wäre mal schön. Auf wenig, wenn man was bei uns kommt. Ah, hier die Krüppelwertung, ey. Ja, aber jetzt wäre es wieder zu rum zu spät, weil jetzt passiert nichts. Also Mark und ich können... Oh, wo sollen wir jetzt einen Selfieger rausholen? Ein Selfieger hätte direkt bei einem Unfall passiert rauskommen müssen. Ich hätte schon am Start kommen müssen, als äh... Also Mark... Also Mark, wir können von mir auch schnell ein Unfall bauen. Scheinlich, weil der wieder kaputt ist. Das tut mir voll leid für ihn, aber ich konnte in der Situation nix anderes machen. Ja, Lukas wäre die ganz andere Finde. Jay fest. Krass. Fahren die auch so in der V1-Liga? Äh, hast du mal bitte den Start vom Schienerrennen angeguckt? Ne, muss ich nachher mal machen. Schau mal, man ist auf... Man ist auf ihr 6 Reifen unterwegs. Jay hat da komplett... Greg am Start in... ... in Kurve 2 der Schneckenkurve am Anfang rausgedrängt. Und dann ist er einfach... ... ohne zu gucken... ... hinter meinen Strecke... ... zurück. Äh, ja, aber... Nice. Wir haben ja fast einen Vollflug angefahren. Also macht's höchstlich Spaß nach dem Rennen, ja? Du disconnected, oder was? Ja, nein, aber... Ich sag was so... Kein Bock, kein Bock. Ja. Aber das ist nur Idioten-Racing, die so fahren, oder? Ja. Der Rest ist nicht fair. Der Name ist Programm. Ja, eben. Hab ich schon gesagt. Wenn die... Wenn die gewinnen, ja. Ich krieg so ne Pferde von mir. Der ist nicht vorbei. Echt? Ich bringe einmal vorbei? Ja. Ah, zum Glück. Ah, zum Glück. Von uns seht, dass die überhaupt Punkte sammeln. Dürfen. Wärts mal sehen müssen, wie die in Makao gefahren sind. Ich hab's gesehen. Makao hab's mir ja angeschaut. Na gut, das Nektika steht ja erstmal in meiner Box, wie gesagt. Ich hab mir auch Manchester angeguckt, ähm, nachdem mein Internet ging. Aha. Ah, also ich hab mich schon... 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 In der Box? Ja, also... Ähm... ...und so weit einschlagen muss. Also erst mal in die Kurve kommst, ja? Naja, schon klar. Er macht es... Recht? Ach, Marc war's dann der Box, oder? Nee, der nächste... Der Idioten, deswegen sehe ich da hinten schon, ne? Nee, wird ja nicht. Ich hatte nicht vieles Auto. Was soll ich damit weiterfahren, oder was? Haben wir jetzt ja auch. Wir kämpfen gerade hier noch. Ja. Die Behindert ist das. In Sichtweite sind Finn und... ...erbehinderte Fischer. Ja. Äh... Marcel? Hm? Vor mir, oder hinterher? Wo bist du gerade auf der Strecke? Und Bury Pungi selten mal mitnehmen. Boah... Und der ersten... Ja, Bury Pungi gibt es ja jeden Fall. Ja, ich bin Foddy. Ich hab auf ein paar mehr gehofft. Werd non. Ich wurde noch nicht überrundet. Aber ich wär jetzt gleich. Ich auch, Bury Pungi. Das war... Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Ah, wird's blauflagen. Ich war überrascht, dass wir uns berührt haben. Naja, ne? War halt voll neben dir und du bummst mich halt voll in die Wand, ey. Also... Ja, von meiner... Also, so wie ich's eben erlebt hab, warst du wohl nicht ganz neben mir. Aber... Das kann natürlich auch... ...täuschen aus Fahrerperspektive. Hast du keinen Rekorser? Doch! Aber ich dachte, da wäre doch ne kleine Hücke zwischen uns. Ich dachte, der muss mir echt den Start angucken, ne? Bleib doch stehen, Jungs! Auf jeden Fall nicht geplant. Ey, der dritte Platz ist die Dreischweite. Lack. Ja, ist auch Lack. Hast du dich? Da gibt's noch nicht mehr. Warte, ne? Oh, jetzt kommt der Kampf... Finn gegen Fischer. Fliegen wahrscheinlich breite ab. Dann ist der Platz in Kamin. Und dann kommt... Ja... Pulltracking von hinten und... So. Snackt in sich. Ja, und du bist jetzt auch noch mal gut davon gekommen. Hä? Hä? Ach nee, du bist immer noch hinter mir. Hä? 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 Nein, du bist auch noch nicht aktualisiert. Kannst du sagen. Warte mal selber mal... Warte mal, ich geh mal... Hä? Ich bin doch vor dir. Willst du? Ich hasse... Ich hab's gar nicht vom Kopf mehr. Ich hab's gar nicht vom Kopf mehr. Vorsicht, da kommt gleich noch zum Werbogen. Ich bin schon weg! Das ist Moritz! Oh, so ein Titan ist der. Rahm ihn! Er ist auf 13. Das ist... Boah! Also, eigentlich würde ich jetzt gerne einen Battle Move machen. Hätte aber noch gerne einen Safety Car. Gern hätte ich den Spirit Move bei Stille gemacht. Ja. Muss ich eh ganz bisschen langer machen. Da reicht es nicht zu weit. Was? Ich wollte das noch mit der Kaputte tolle kommt. Eine Teilweise immer noch schlecht. Eieieie! Was macht ihr denn in der Vorge? Rutsche! Äääh... Darfst du denn rutschen oder? Wird ich aber jetzt... Würde ich aber nicht machen. Sondern dann kriegt sie gleich ein Schrei vom allerfeinsten. Warum? Weil Finn ganz... mit seiner... mit... Boah! Alter! Hey, wo ist es, glaube ich? Ähm, ich würde es gerne, wenn wir Ausnahme anhaben, also... Oh, was ist da vorne denn für den Kampf? Soll das vier Autos? Ah! Platz 3 bis 6 Ah ne, einer ist sogar runter Und du bist da wettbewerben? Ja, ich bin auf Platz 5 gerade Leon, du kannst ruhig wegbleiben Wie könnt ihr euch da vorne nicht absetzen, ey, da... Leon hat ein komplett kaputtes Auto Ich glaube nicht nur er Aber ihr habt kein schiefes Auto oder sowas, ey Doch! Hatte ich! Ja, habt ihr es jetzt? Nö, jetzt nicht mehr Ich meine, die vorne jetzt da fahren Ja, Moritz hält halt auf Ja, weil... Alle Angst haben ihn zu überholen Ich hab's vorhin nun wieder geschafft Mein Gott, wenn... Ich würd's nur wehren, ja... Wenn der mich tölt, ja... Dann mach ich einen auf... Marcel, du kennst den Typ auf Google Dann mach ich den bis neben komplett high Aber Julian halt dich da mal ein bisschen zurück, ne... Falls da irgendein Unfall ist... M.A.R. Seto Corsa, YouTube kacke Naja, ich fahr... Ich fahr eh grad hier ein bisschen entspannt Also die Kurven sind mit dem kaputten Auto Extrem AIDS Naja, macht Spaß Einzig was ich mache Ich versuch den GT3 besser kennenzulernen Ja Mehr mach ich gut Man lernt's gut kennen mit nem strengen Auto Das ist eigentlich perfekt Äh... Rennen Bar Bar Ja, läuft! Ja... Ach Finn, du Wichser Ja, das war ein Leck Achse, äh... Zilli, ich kann nicht verteidigen Also, willst du Zeugen brauchst? Ich bin gern Ach so F*** Polygon, weißt du das? Alter, das war ne Dive Bomb Von allerfeinsten Äh... Willi? Beklären wir jetzt beide jetzt erst Ja, du bist auf Seite Ich bin... Ich bin eine Runde vor dir Ja Warte Ich geh innen Auf der Geraden Ich wollte schon sagen Auf der Geraden Oh Dennis ist cool Ja... Ja... Ja, ich bin auch gedivebombt worden, ne? Oh Meine Freund... Meine Freund ist rot Deine Freundin? Meine Front Apropos, man zieht ja nicht rum Die Frage würde ich in dem Rennen aufschneiden, ey Bessere Fragen gibt's im Moment, ne Ich hab Langeweile, ja... Als Überrundeter würde ich auch seine Erfahrungen stellen morgen Eben Wollen wir nicht... Aber, misch' ich das davor nicht ein in den Kampf Nein, 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 ich weiß nur was amend Das geht bitte Wie viel zu spüren wäre, der gerade gegen mich Hin hat gelegt, du Lappen Though Ze再見 Du hast ne wirklich die Gleifung, bitte. Trudelhappen. Ich sieh's, ich hab's ja gesehen. Oh, moin! Äh, Leon? Scheiße. Ja. Ich lass dich jetzt. Ja, hallo. Du hast so früh. Klopp mir noch hinten rinnen, ey. Okay. Danke. Na, mach ich dir auch nicht mit. Huch! Warum bin ich jetzt eigentlich 14? Oh, Gott. Sorry, Bernd. Naja. Ja. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gemacht? Mein Auto kann ich auch schrotten. Ja, er bringt mir. Ich hab ihm Feuer mitgepft. Och, Tobi. Ja. Nichts wie passiert. Vier Sekunden verloren. Nein! Jetzt ist halt ein Mark dran. Oh, Fischer auch. Fischer auch. Willst du mich verarschen? Davon fluch das Bingheimer irgendwann. Verdient. Was ist Bingheimer immer? Nein! Scheiße. Oh. Oh. Brakes failed, oder was hier? Leon, bitte Dive kommt hin. Ach, wie geht's rein? Jetzt einfach rechts reinziehen. Hat der nicht anders verdient? Was ist mit dir? Auch wenn was passiert, dann wird er nicht so aggressiv sein. Und wenn es jemand gegen dich macht, muss es du auch nicht machen. Nelly, hast du gesehen? Am Ausgang ist er ganz schön geschlittert. Ja. War nichts noch. Warte mal! Bauer fällt jetzt nicht... Ja. Ja. Also anscheinend sind bis Platz 11 alle überrundet. Was? Ich bin 11? Was? Ja, eigentlich... Hä? Ja klar, es ist ja jemand disconnected. Hä? Ja, es ist jemand disconnected. Ja, aber Bauer hat doch nicht so... Bauer... Ja. Obwohl ich die übelsten Vorsprung hatte. Was ist von dem her? Was ist von dem her? Boah, wenn ich jetzt Platz jetzt sehe, ich darf Bestzeit gefahren. Weil eigentlich Bestzeit... Dann bin ich nicht weiter vorne gestartet mit dem Volley. Oh. Platz 3 ist sogar noch möglich, wenn die da alle... Keine von vorne. Also das war jetzt gerade der Verstappen Hamilton in Mexiko. Wehe, der Live-Bomb nicht. Der macht das. Der macht das. Der macht das. Ich will zurückziehen. Ist das auch schon über die Linie? Ne, noch nicht. Okay, gut. Ich kann's ja selbst sehen, Drake. Alles gut, brauchst du zusammen. Jetzt. Ja, ich seh's. Hey, ma... Oh, Mann, ey. Alter, was macht Fischer? Okay, okay. Das war so mit Ansage. Weg! Zwarte Flagge für den Fischer, Alter! Boah! Pass bitte auf, ne? Was war das jetzt schon, Bauer? Zwarte Flagge für den Rejoin. Sorry, Marc. Und er ist berührt, ne? Wer ernst? Der Heulen aus dem Tess. Sorry, der kannst du nicht überholen an der Stelle. Bauer. Äh, Finn fährt grad mit 90 grad Lenk einschlag. Euch auch. Ja, vorne sind sie schon die Dreiergruppe, glaube ich. Bei mir sind's so um die 45. Bitte zieh zurück. Blein. Du musst, schmutz schwimmen haben. Du kannst jetzt nicht so aggressiv gehen. Wie gesagt. Du kannst jetzt nicht so aggressiv gehen. Du kannst jetzt nicht so aggressiv gehen. Oder du kannst jetzt nicht so aggressiv gehen. Ja, und du, aber du spielst gerade keine Rolle hier. Ja, bin ich vor dir. Nein. Du bist überrundet da. Du hast dich da auszuhalten. Du hast dich da auszuhalten. Nur mir auch zuzuhalten. Hey, jetzt durst du mit. Bloß, ich kann auch nicht 60 fahren. 哎, die von, wie gesagt, streiten. Die sind vielleicht auch noch mit dem Vordermann einräumen. Wer ist momentan dritter? Äh. Kabel. Ja, Boże, to mini-pillow. Okay, daj mich auf, msack. Alibien, first time. Es ist doch so, der Hintermann muss auf seinen Vordermann reagieren, weil er drin ist, ne? Ja. Okay, dann war es Florianz. Dann war es Bauhaus-Diener. Ich fahre gleich rüber. Ja, weil vor der Raden, nicht Stadtsaison, die davor, war hinter mir, war das Haufer mit mir hinten raufgeknallt. Ist es Fischer gerade disconnected? Teammates kollidieren! Marc? Ich glaube, Fischer ist weg. Ja, Fischer ist weg. Wow, wow, was von der Lassdekker von der Bodenwelle heute hängt. Jetzt habe ich keinen Schwung mehr, toll, bleibt aus dem Hinten, bitte. Natürlich. Ja, weil es so aussieht, als ob du dich überholen würdest, weil du dich komplett vermisst. Nein, alles gut. Oh, ich denke, er hat doch gerade gesagt, dass wir Schlagzeilen machen wollen, deswegen Tito legen, grab mich raus. Wie gesagt, du brauchst jeden Punkt für die Meisterschaft. Binge, haben wir jetzt weggenommen, Meisterschaft. Marcel? Ach, dann halt Zweiter. Wurz hat die Connection verloren, okay. Gut. Oh, wie schade. Graber. Arma. Bitte. Arma, hast du eine Bitch? Okay, Abel, Abel kann ich noch kriegen vielleicht, aber ja, nee, ist keine Zeit mehr. Kannst du langsam fahren, dass du nicht vorbei lässt, wegen der Edmund, äh, Chemo Chip? Äh, ich bräuchte je... Nein. Wo bist du denn gerade auf der Strecke? Bin hinter dir. Ich habe gerade mal für ein Stückchen aufgehalten. War ein bisschen langsamer. Erst 20 Sekunden hinter dir, ne? Ich kann eh nicht besonders schnell fahren. In meinem Heckschlügel. Faisal, lab, by the way. Zum Ding oder so. Äh, ich gebe du aber auch Gas. Ich werde jetzt gerade nicht dafür einen Leon und, äh, hoff... Ich sehe da vorne jemanden um eine Kurve kommen. Was hast du denn? Das ist... Ich bin blöd. Nicht. So ganz weglassen, bis hin. Ne, überrundet der da vorne, oder ist das Abel? Da ist ein bisschen überrundet, ja. Ah, das ist Marcel. Ja. 10 Sekunden ist der vor mir. Zellbrems. Ja, tu ich doch schon. Flying for, dir sind noch zwei andere Fahrzeuge zwischen uns, ne? Äh, HVC auf Lasecki wohl. Finn ist abgeflogen. Jo. Ähm. Huuuuii. Oh, geil, geil. Masin kommt. Da hätte ich jetzt nicht drücken dürfen. Ach, Marcel. Ja, da ist Masin noch. Der mit vorbei. Das ist das. Können wir rennen heute. Ja, bitteschön. Also Gas 11, zweiter Rand finde ich gut. Ah, bitte. Wie immer Chaos. Wie immer Acht. Ja, weil Moros und Jade zu blöd sind, nach vorne richtig Dings zu machen. Also ich glaube, ich hätte einen Laufmann festgehen können. Mainz, nach dem Kran zu verteidigen. Vorsicht, hinter mir kommen welche, ne? Ich seh's. Dann müssen wir beide vorbeiläufen. Das schräge Auto kommt. Das schräge Auto kommt. Aber bleib, bleib da vorne, also. Ich komm eh die ganze Zeit. Das ist doch immer. Lass dich definitiv nicht hier im Geschlängeln geholen. Nee, nicht. Lass dich da vorne kurz auf der Geraden. Also ich komm in meinem blauen Flaschenmodus, aber dann wieder zurück. Also raus. Und Finn hat eine große Seele gemacht. Ja, ich seh's. Nimm ich, nimm ich. Hatteschön, Tobias. Danke sehr. Also ich hätte den Speed von vorne mitnehmen können. Also Platz 3 wäre für jeden drinnen gewesen, der ohne Zwischenfälle entwohlen kann. Ja. Jungs, sorry für den Start eben, hab'n mega reingeschockt. Das war nicht mal so schlimm zu tun, also... Echt? Okay. Ja, stimmt. Du hast viel mehr verpasst. Echt? Was war? Was war los? Ja, ich hätte ja mitbekommen, dass sich irgendjemand nochmal geschickt hat, aber... Ja, ist doch fünfter Platz. Ja, wie gesagt, du bin echt voll leid, das hab' ich voll reingeschissen, weil... Massencrash zwischen Leon, Buri... Und Mark, und dann bin ich da, ich konnte nicht mehr ausweichen. Am Ende 8er, ey, pfuh, ey. Ja gut, ich war's mal an der Box immerhin. Oh Mann, ey. Aber es war halt mega bitter am Start, ich geb' Gas und hab'n mega Überschuss. Denken wir da hin, komm, let's go. Will innen rein, merkt innen zu, zieh nach außen, dann wird's richtig knapp, muss ausweiten und bin voll in die Mauer reingerutscht. Ähm, Leon? Okay. Ja? Kommst hier vorne in die andere Kurve, ein paar Donuts zu drehen? Ne, bei dem renne ich... Nein? Deh, wir rennen. Naja, Leute, das ist ein schönes Rennen. User left your channel. Uhhh. User disconnected from the world. Oh Gott. Ich wollte gerade, ich war oben. Ich wollte aber... Also still hab ich gerade weggepickt. Moin. Ja, GG zum dritten, ne? Ja. Ja. Also ich kann nur sagen... Ja. Ich kann nur sagen...